Also, das wird jetzt eine richtige Herausforderung, Leute. Du musst jetzt wirklich hier schräg an allen Ästen vorbei und genau den Punkt treffen, um dadurch die Forelle anzuwerfen. Ich hab vielleicht ein oder zwei Versuche. Wenn ich jetzt gleich irgendwo im Ästen oder im Gras da unten hänge, dann schon durch, ey. Oh! Alter, das ging. Alter, was? Das war jetzt nicht die ganz große, die gerade hier gesprungen ist, aber anderer, schneller Fisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017